Willkommen auf meinem Kanal. Hier hast du eine großartige Gelegenheit, Deutsch zu lernen und zu üben. Zuerst hörst du die Sätze mit Übersetzungen. Danach hörst du die Sätze ohne Übersetzungen. Am Ende hörst du die Sätze noch einmal und sprichst sie nach. Du wirst bald merken, wie dein Deutsch von Tag zu Tag besser wird. Viel Spaß mit den Videos! Wir hören die Hunde im Park bellen. Sie lacht über ihn. Sie lacht über ihn. Wir essen gerne Popcorn. Wir essen gerne Popcorn. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein Geschenk von mir. Das ist ein Geschenk von mir. Wir hören aufmerksam. Das ist ein gemütlicher Sessel. Das ist ein gemütlicher Sessel. Wir reden miteinander. Der Junge liebt mich sehr. Der Junge liebt mich sehr. Meine Oma erzählt Geschichten. Meine Oma erzählt Geschichten. Sie geht in den Park. Sie geht in den Park. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Das Kind fragt mich etwas. Das Kind fragt mich etwas. Mein Nachbar hat einen Garten. Mein Nachbar hat einen Garten. Der Mann versteht mich gut. Der Mann versteht mich gut. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Sie fährt sicher Auto. Sie fährt sicher Auto. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Ich trage eine bequeme Jeans. Ich trage eine bequeme Jeans. Das ist ein heißer Café am Morgen. Das ist ein heißer Café am Morgen. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Meine Freundin schreibt einen Brief. Meine Freundin schreibt einen Brief. Wir hören Vogelgezwitscher. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt gern Fahrrad. zum See. Er fährt gern Fahrrad zum See. Wir essen ein gesundes Frühstück. Wir essen ein gesundes Frühstück. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Wir gehen oft ins Theater. Wir gehen oft ins Theater. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau stellt den Blumentotz auf den Boden. Die Frau stellt den Blumentotz auf den Boden. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Wir hören die Hunde im Park bellen. Wir hören die Hunde im Park bellen. Wir hören die Hunde im Park bellen. Wir essen gerne Popcorn. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein Geschenk von mir. Das ist ein Geschenk von mir. Wir hören aufmerksam. Das ist ein gemütlicher Sessel. Wir reden miteinander. Wir reden miteinander. Der Junge liebt mich sehr. Meine Oma erzählt Geschichten. Meine Oma erzählt Geschichten. Sie geht in den Park. Sie geht in den Park. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Das Kind fragt mich etwas. Das Kind fragt mich etwas. Mein Nachbar hat einen Garten. Mein Nachbar hat einen Garten. Der Mann versteht mich gut. Der Mann versteht mich gut. Ich trinke Orangensaft. Sie fährt sicher Auto. Sie fährt sicher Auto. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Ich trage eine bequeme Jeans. 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 Das ist ein heißer Café am Morgen. Das ist ein heißer Café am Morgen. Das ist ein heißer Café am Morgen. Ich trage eine bequeme Jeans. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Meine Freundin schreibt einen Brief. Meine Freundin schreibt einen Brief. Wir hören Vogelgezwitscher. Wir hören Vogelgezwitscher. Sie trinkt schwarzen Tee. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad zum See. Wir essen ein gesundes Frühstück. Wir essen ein gesundes Frühstück. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Wir gehen oft ins Theater. Wir gehen oft ins Theater. Wir gehen oft ins Theater. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau stellt den Blumentotz auf den Boden. Wir hören die Hunde im Park bellen. Wir hören die Hunde im Park bellen. Sie lacht über ihn. Sie lacht über ihn. Wir essen gerne Popcorn. Wir essen gerne Popcorn. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein Geschenk von mir. Wir hören aufmerksam. Wir hören aufmerksam. Das ist ein gemütlicher Sessel. Wir reden miteinander. Wir reden miteinander. Der Junge liebt mich sehr. Der Junge liebt mich sehr. Meine Oma erzählt Geschichten. Meine Oma erzählt Geschichten. Sie geht in den Park. Sie geht in den Park. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Das Kind fragt mich etwas. Das Kind fragt mich etwas. Mein Nachbar hat einen Garten. Mein Nachbar hat einen Garten. der Mann versteht mich gut. Der Mann versteht mich gut. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Ich trage eine bequeme Jeans. Ich trage eine bequeme Jeans. Das ist ein heißer Café am Morgen. Das ist ein heißer Café am Morgen. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Meine Freundin schreibt einen Brief. Meine Freundin schreibt einen Brief. Wir hören Vogelgezwitscher. Wir hören Vogelgezwitscher. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad zum See. Wir essen ein gesundes Frühstück. Wir essen ein gesundes Frühstück. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Wir gehen oft ins Theater. Wir gehen oft ins Theater. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau stellt den Blumentotz auf den Boden. Wir hören die Hunde im Park bellen. Sie lacht über ihn. Sie lacht über ihn. Wir essen gerne Popcorn. Wir essen gerne Popcorn. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein Geschenk von mir. Das ist ein Geschenk von mir. Wir hören aufmerksam. Wir hören aufmerksam. Das ist ein gemütlicher Sessel. Das ist ein gemütlicher Sessel. Wir reden miteinander. Wir reden miteinander. Der Junge liebt mich sehr. Der Junge liebt mich sehr. Meine Oma erzählt Geschichten. Meine Oma erzählt Geschichten. Sie geht in den Park. Sie geht in den Park. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Das Kind fragt mich etwas. Das Kind fragt mich etwas. Mein Nachbar hat einen Garten. Mein Nachbar hat einen Garten. Der Mann versteht mich gut. Der Mann versteht mich gut. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Sie fährt sicher Auto. Sie fährt sicher Auto. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Ich trage eine bequeme Jeans. Ich trage eine bequeme Jeans. Das ist ein heißer Café am Morgen. Das ist ein heißer Café am Morgen. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Meine Freundin schreibt einen Brief. Meine Freundin schreibt einen Brief. Wir hören Vogelgezwitscher. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad zum See. Wir essen ein gesundes Frühstück. Wir essen ein gesundes Frühstück. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Wir gehen oft ins Theater. Wir gehen oft ins Theater. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau stellt den Blumentopf auf den Boden. Willkommen auf meinem Kanal. Hier hast du eine großartige Gelegenheit, Deutsch zu lernen und zu üben. Zuerst hörst du die Sätze mit Übersetzungen. Danach hörst du die Sätze ohne Übersetzungen. Am Ende hörst du die Sätze noch einmal und sprichst sie nach. Du wirst bald merken, wie dein Deutsch von Tag zu Tag besser wird. Viel Spaß mit den Videos! Wir hören die Hunde im Park bellen. Wir hören die Hunde im Park bellen. Sie lacht über ihn. Sie lacht über ihn. Wir essen gerne Popcorn. Wir essen gerne Popcorn. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Das ist ein Geschenk von mir. Das ist ein Geschenk von mir. Das ist ein Geschenk von mir. Wir hören aufmerksam. Das ist ein gemütlicher Sessel. Wir reden miteinander. Der Junge liebt mich sehr. Meine Oma erzählt Geschichten. Meine Oma erzählt Geschichten. Sie geht in den Park. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Das Kind fragt mich etwas. Mein Nachbar hat einen Garten. Mein Nachbar hat einen Garten. Der Mann versteht mich gut. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Sie fährt sicher Auto. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Ich trage eine bequeme Jeans. Ich trage eine bequeme Jeans. Das ist ein heißer Café am Morgen. Das ist ein heißer Café am Morgen. Ich trage eine bequeme Jeans. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Meine Freundin schreibt einen Brief. Meine Freundin schreibt einen Brief. Wir hören Vogelgezwitscher. Wir hören Vogelgezwitscher. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad zum See. Wir essen ein gesundes Frühstück. Wir essen ein gesundes Frühstück. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Wir gehen oft ins Theater. Wir gehen oft ins Theater. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau stellt den Blumentotz auf den Boden. Wir hören die Hunde im Park bellen. Wir hören die Hunde im Park bellen. Sie lacht über ihn. Sie lacht über ihn. Wir essen gerne Popcorn. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Sie besucht ihre Verwandten. Sieoss sheilchen. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein interessanter Film. Das ist ein Geschenk von mir. Wir hören aufmerksam. Wir hören aufmerksam. Das ist ein gemütlicher Sessel. Wir reden miteinander. Wir reden miteinander. Wir reden miteinander. Wir reden miteinander. Meine Oma erzählt Geschichten. Sie geht in den Park. Sie geht in den Park. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Mein Lehrer gibt hilfreiche Tipps. Das Kind fragt mich etwas. Das Kind fragt mich etwas. Mein Nachbar hat einen Garten. Mein Nachbar hat einen Garten. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Sie fährt sicher Auto. Sie fährt sicher Auto. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Ich male ein buntes Bild vom Regenbogen. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Sie besucht ihren Lieblingskünstler. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Mein Lehrer erklärt schwierige Themen gut. Ich trage eine bequeme Jeans. Ich trage eine bequeme Jeans. Das ist ein heißer Café am Morgen. Das ist ein heißer Café am Morgen. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Sie besucht ihre Großeltern im Dorf. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Ich höre die Musik aus den Lautsprechern. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Das ist ein ruhiger Ort zum Entspannen. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Ich trage eine modische Sonnenbrille. Meine Freundin schreibt einen Brief. Meine Freundin schreibt einen Brief. Wir hören Vogelgezwitscher. Wir hören Vogelgezwitscher. Sie trinkt schwarzen Tee. Sie trinkt schwarzen Tee. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt gern Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad zum See. Wir essen ein gesundes Frühstück. Wir essen ein gesundes Frühstück. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lehrer erklärt die Mathematik gut. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Mein Lieblingsfilm ist lustig. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Das ist ein interessantes Buch über Geschichte. Wir gehen oft ins Theater. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Mein Chef ist ein erfahrener Manager. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau stellt den Blumentotz auf den Boden. Die Frau stellt den Blumentotz auf den Boden. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Der war das Wunschluss. Vielen Dank.